Ne. 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 Servus Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, denn ich... Oh, scheiße, hier habe ich meine ganzen Clips rumgeschmissen, kacke. Ich spiele hier gerade die Operation Bluthund, nein Operation Bloodhound. Ja, und ich bin hier... Stopp da. Ich bin hier gerade noch bei einer Mission, bei der Tools of the Trade Mission. Wir brauchen noch 18 Kills mit der Orb und... Naja, ich denke mal, wir wissen alle, dass ich ein richtig geiler Orper bin. Also, ne, ich bin übel scheiße im Orpen. Und da dachte ich mir, das ist bestimmt ein richtig guter Anlass für ein richtig geiles Video, weil ich werde wahrscheinlich jetzt gleich ausflippen. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, ja. Auf jeden Fall, so hier, Server Message of the Day. So, wir gehen CT. A, W, P, ach so, es geht los. Okay, es geht los, guys. Oh, scheiße, ich habe meine ganzen Bierflaschen. Ich will auf jeden Fall einen fett No-Scope drin haben. Das ist mein Mate, alter. Jeder Orpt einfach gerade auf dem Mirage. Das ist, ähm, auf jeden Fall abgehoben. Ähm, jo, wir gucken jetzt mal. Äh, der ist natürlich tot. Wir sind hier alle tot. Ist da gerade einer? Oh! No-Scope! Okay. So, wir haben es schon mal, wir haben es schon mal. Ja. Oh, shit, alter. Ey, ich drehe durch. Ich bin gut, alter. Oh! Oh, ich bin richtig fresh, dope, man. Ähm. Gut, das kann mal passieren. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ein kleiner Rückschlag. Also, noch nix weltbewegendes. Ich, ich höre auf hier was. Na. Was? Gott! Hier, komm, komm, schieß, schieß. Was? Ähm. Habe ich gerade gesagt, dass es mit der Opläuft? Entschuldigung. Oh, in die Wand genagelt. Das mache ich normal nicht mit Gegnern, aber... Mate, gut, gut. Ja! Mhm, mhm. Ist okay. Spaß, man. Ich habe das Movement von einer Kartoffel, man. Ja. Das war gesandwiched. Vom Feinsten. Ja. Huh. Kann mal passieren. Kann jedem mal passieren. Oh! Oh mein Gott! Das ist so schlecht. Ich schäme mich so sehr. Nee, nee, nee. Und nochmal, nee. Ja, es ist wieder hier einer. Ey, Mann! Oh mein Gott! Was? Nee! Nee! Spiel wie so ein Epilep... Spiel wie so ein Epilep... Get wrecked. Get wrecked. Oh, Mann, Alter. Nein, nein, nein. Ich schaff's jetzt wirklich nicht in der Runde. Wie lachhaft. Nee. Nee! Nee! Ja, Mann, ich seh den natürlich nicht auf dem Untergrund, weil er genau aussieht wie eine Kaktür, Mann. So laufe ich in der Schule auch immer rum, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, schön, komm. Darf ich den einen noch haben? Oh, yes! 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 Oh, wir haben's doch noch geschafft, Leute. Ich bin stolz auf uns und ich kann die Orb endlich getrost wegklatschen, weil ohne Spaß, ich bin kein guter Orb, weil ich muss auf jeden Fall üben. Und, ähm, auf jeden Fall, wir haben's geschafft. Ich, ihr wart mit dabei. Ich musste mich ein bisschen aufregen, kann auf jeden Fall mal passieren. Aber wir haben's am Ende geschafft, das freut mich auf jeden Fall. Ich gönne mir jetzt noch die nächste Mission und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!